So liebe Freunde, es geht auf zu einem weiteren Setportal. Wir schauen uns jetzt die Warnung der 1000 Stürme für den Mönchern. Wo findet ihr das Ganze? In Akt 1 genauer gesagt bei dem Teleporter die alten Ruinen. Ihr seht schon vom Teleportpunkt sind es nur einmal dashen, also direkt daneben befindet sich auch direkt der Eingang. Was ist die Aufgabe? In zwei Minuten die Kiste zu finden und sich nicht von so einer Sukubus treffen zu lassen, also keine Feuerkugel abzubekommen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, ist es aber überhaupt nicht. Denn das Erste was wir hier mal wissen müssen ist, wir haben zwar ein Feueramulett angelegt, das schützt uns aber nicht vor einem Treffer der Sukubus, sondern das haben wir eher drinnen, weil wir wie wir im Hintergrund sehen können, es gibt jede Menge Schreine. Das bedeutet wir brauchen die Nemesis Armschienen, die holen immer eine Liter Bag pro Schrein raus und wir brauchen natürlich Ingeom. Ansonsten sieht es eher schlecht aus um das Portal mit den Vorgaben zu schaffen. Denn jeden Schrein den wir klicken, der macht folgendes, es entsteht ein Elite Bag, dafür sorgen die Nemesis Armschienen, das Elite Bag töten wir, aktivieren somit unser Ingeom und durch das Ingeom haben wir auf unseren Dash keinen Cooldown und können somit das riesige Portal in Sekunden durchschreiten. Und auf dem Weg des Dashens, also der Bonus wird ja erhöht, der Dash macht ja richtig, richtig viel Schaden durch die Gewandung der 1000 Stürme Set. Das reicht auf jeden Fall aus, um die Mobs da drinnen zu töten. Also Damage mäßig haben wir hier kein Problem. Wo es problematisch wird, ist einfach, dass wir alle Mobs erwischen und dass wir hier nicht von der Sukubus getroffen werden. Das klingt eben relativ einfach, aber wenn ihr euch schnell nach vorne dashet, denn ihr habt natürlich nicht Zeit, immer euch vorsichtig heranzutasten, kann das ganz schnell mal schief gehen, dass ihr euch hier reinbordet. Natürlich haben wir auch hier wieder für eine kleine elegante Lösung. Und zwar nehmen wir alle aktiven sowie passiven Talente mit, welche unsere Chance, Angriffen auszuweichen, erhöhen. Denn es ist gar nicht so unwahrscheinlich, obwohl wir dann getroffen werden, zählt es nicht, weil wir den Angriff ausgewichen sind. Wie gewohnt gibt es dann am Ende nochmal einen detaillierten Blick auf diverse Items und Skills. War nochmal vorweg als kleiner Hinweis, denn das macht das Ganze schon mal wesentlich einfacher. Also zuerst seht ihr schon, ich würde euch auch raten, nehmt nicht jeden Pylon, also nehmt nicht jeden Schrein, sondern wirklich nur, wenn Ingeum auf Cooldown ist, also wenn ihr nicht aktiv habt. Denn ihr werdet auch später nochmal, ihr müsst nämlich jede Menge Monster töten, ihr werdet auch später nochmal den ein oder anderen Schrein brauchen für einen kleinen Speedboost. Und ihr solltet nicht zu lang rumtrödeln, denn die zwei Minuten sind schnell um. Und da solltet ihr die Kiste dann schon erreicht haben. So, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, also Kiste erreicht, noch nicht von der Sukubus treffen lassen und wir müssen hier noch jede Menge Monster töten, dann haben wir es hier mehr oder weniger geschafft. Also auf jeden Fall riskiert ihr erstmal einen Blick auf die Karte, der Aufbau ist immer relativ ähnlich. Dann seht ihr zumindest mal, wo die Schreinen sind, wo die Sackgassen sind. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, dort reinzulaufen, denn so ein Schrein mit einem Melita-Bag gibt euch natürlich wieder einen eleganten Speedboost und den braucht ihr auch, damit ihr hier schnell genug durchkommt. Idealerweise geht sich das so aus, dass wenn ihr auf dem ersten Weg zur Kiste schon so viele Gegner tötet, dass vielleicht noch 100 übrig sind, nochmal zurück aktiviert ihr das erste Hauptziel, also das genügend Gegner tot sind, dann seht ihr auf der Karte eingezeichnet, wo sich denn die restlichen Gegner befinden. Macht das Ganze natürlich wesentlich leichter. Von den Items her, was ist wichtig? Was wir auf jeden Fall brauchen, sind eben die vorhin angesprochenen Talente. Ihr seht, wir haben ein passives und ein aktives Talent, was einfach unser Ausweichlevel erhöht. Das ist ganz wichtig. Danach spielen wir mit unseren Luftverbündeten, damit wir genügend Geisteskraft haben, kombiniert mit den Stiefeln, damit es zwei Verbündete sind, die Ingeum als Waffe sowie eben die Nemesis als Armschienen für Elite-Bag-Spawnen und dann haben wir nochmal die Armschienen, wenn wir irgendein Objekt zerstören, um hier einen kleinen Speedboost davon zu ziehen. Ingeum als Fert der Karte genügend Na Beispiel mit den Karte genügend